Ich habe lackierte Stiefel. Zumindest am Turnier. Zuhause muss ich zugeben, Benni. Ich glaube, wir sind beide gleich ehrgeizig. Ja, das glaube ich auch. Wir sind anders, aber ergänzen uns sehr gut. Aber ehrgeizig sind wir beide sehr. Wir pushen einander. Wobei ich zugeben muss, dass der Ken, wie wir ihn nennen, Daily Mirror, echt ein wunderschönes Pferd ist von Benni. Also der heißt Ken, weil er so schön ist. Aber ich finde meine Pferde natürlich auch alle wunderschön. Ja, da bin ich selbstbewusst. Ich glaube, das kriege ich ganz gut hin. Ich auch. Beide. Sind wir beide, gell? Anders. Ja, wir sind anders, aber auf unsere Art, glaube ich, sind wir lustig. Wobei Benni haut schon manchmal so aus dem Nichts so krasse Sprüche raus. Da haust du dich einfach weg. Ich bin jedenfalls diejenige, die mehr tanzt als du, wenn wir auf Partys sind. Aber ob es besser ist, weiß ich nicht. Das ist ja ganz einfach. Wobei, da helfe ich dir auch.